Ein Sommer ohne Festivals ist wie ein Horn ohne Met. Wir Musiker, Lebenskünstler und Spielleute sind unsere Arbeit los. Euch Fans hat es auch hart getroffen und ihr habt einen wichtigen Teil eures Lebens verloren. Das können wir so nicht hinnehmen. In unseren Köpfen reifte deswegen ein verwegener Plan. Sonne, Met, Musik, prasselnde Feuer und gute Freunde. All das wollen wir mit Euch teilen. Bei der Geburt unseres neuen Albums, das 11. Gebot. Wir bringen es zu Euch nach Hause auf die Bildschirme. Wir machen einen Album-Release online Open Air. Doch wir können das nur mit Eurer Hilfe schaffen. Um sowas Großes auf die Beine zu stellen, braucht es Techniker, Helfer, Kameraleute und vieles, vieles mehr. Wir haben deshalb eine Startnext-Kampagne gestartet. Ihr könnt dort spenden und verschieden große Bundles erwerben. Es ist für alle etwas dabei. Für das kleine, aber auch etwas größere Geldsäckchen. Für alle, denen das Wasser bis zum Kragen steht. Jede Spende ist freiwillig. Euer Beitrag ist dabei unfassbar wichtig, um nicht nur das Konzert zu stemmen, sondern auch um uns, der Feuerschwanzfamilie, in diesen dunklen Tagen das nackte Überleben zu sichern. Wir haben zwei Jahre an einem Album gearbeitet, das wir jetzt nicht präsentieren dürfen. Das elfte Gebot, Gebiete zu leben, als wartet morgen der Tod. Auch in Zukunft wollen wir mit euch feiern, als gäbe es kein Morgen. Darum seid dabei, am 26.06. Das elfte Gebot, Album-Release, online Open Air, beim 11.00 Uhr. Schaltet ein und Dankeschön. Dankeschön. Das elfte Gebot, Gebiete zu leben, als wartet morgen der Tod. Morgen ist schon der Tod. Ja, das elfte Gebot, Gebiete zu lieben, und zu verglühen, flommen lichterlob. Ja, so steht's im elften Gebot.